Das große Angebot an Fahrradschlössern ist ab der Saison 2018 um ein Falt-Schloss-Modell mit eingebauter Alarmanlage reicher, das Abus Bordeaux Alarm 6000A. Elektronische Fahrradschlösser von Abus hat es schon in den 90er Jahren eine kurze Zeit lang gegeben, aber die aktuelle Variante, die heuer herausgekommen ist, das Bordeaux Alarm kombiniert die Vorzüge eines faltbaren und sicheren Schlosses mit einem elektronischen Alarm. Und so funktioniert es. Wenn das Schloss bewegt wird, wird ein Voralarm ausgelöst. Sollte man weiter an dem Schloss handieren und es nicht öffnen, dann geht der richtige Alarm los und erschreckt sich ja jeden möglichen Typ ab. 100 dB Lautstärke für 15 Sekunden und danach wieder Scharfstellung, so ist die Alarmfunktion programmiert. Außerdem wird bei kleinen, nicht relevanten Erschütterungen, etwa durch einen Fußball, nur ein kurzer Warnton abgegeben. Das Abus Bordeaux Alarm 6000A ist 90 cm lang, die Stäbe sind 5 mm stark. Es wiegt 1450 Gramm und verfügt über eine verbesserte Montierauflage. Der Strom kommt aus einer CR2 Batterie, die bei Niedrigstand akustisch warnt. Das Abus Bordeaux Alarm 6000A wird im Fachhandel um rund 140 Euro angeboten. Queerland. Untertitelung des ZDF, 2020